Hallo? Hallo? Was zur Hölle? Hallo? Okay, okay, ich würd hier super gerne schnell weg. Moha! Ach, das bin ja nur ich. Warum bin ich Steve? Moment, da stimmt irgendwas nicht. Aber erst mal, hi, Leute, was geht ab? Ich bin hier irgendwo mitten am Wald und ich muss irgendwie versuchen mein Auto anzuschalten. Und das probieren wir jetzt. Wir brauchen vier Benzinkanister, um das ganze Ding hier zum Laufen zu bekommen und vielleicht wäre es mal ganz cool, wenn wir irgendetwas... Oh! Genau, danach habe ich gerade gesucht. Eine Taschenlampe. Okay, sehr gut. Und ansonsten... Was ist denn mit dem Radio los? Das spielt auch komplett verrückt einfach. Hallo? Ich bin hier... Okay, warte mal. Kann man den hier irgendwie reparieren? Oh, nice, das kann man reparieren. Hier ist auch noch mal was zum Schrauben drinnen. Ich schaue mich mal hier ein kleines bisschen um. Okay, hier ist ein Schleifstein. Aber wir brauchen Kanister auf jeden Fall. Ich höre die ganze Zeit etwas da draußen. Hört ihr das auch? Oh Mann, okay, es ist schon wirklich sehr, sehr gruselig. Aber ich kann dann nach Hause gehen, meine Katzen füttern, mich ein bisschen darum kümmern und sowas. Oh Mann, es ist auch schon recht spät, tatsächlich. Okay, was haben wir hier? Hier ist eine Karte mit verschiedenen Dingen drauf. Wasserfall, Security Government, Bridge, Welcome to Dingsboom, Storage, Exit, Barbecue. Okay. Okay, wir bräuchten eventuell eine Karte oder sowas in der Art, um uns hier ein kleines bisschen besser umzugucken. Aha, guck mal, hier haben wir nochmal von diesen Schraubschlüsseln was drinne. Okay. Da ist noch ein Kanister. Sehr gut. Aber wo war jetzt... Ich glaube, da lang müssen wir. Zwei Stück. Hier ist auch noch eine Kiste. Alter. Ist das gruselig. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nummero Dorf, Leute. Zack. Zack. Wir gucken uns weiter um. Hier ist überall nichts. Da hinten ist irgendwas. Oh oh. Da lang. Oh Mann. Okay, okay. Wir brauchen unbedingt mehr Zeug, um unsere Fahrräder zu reparieren. Okay. Da. Genau. Sehr gut. Hier ist nichts, nichts, nichts. Was ist das? Hier ist zu. Okay, das ist komplett zu. Dann wollen wir direkt erstmal weiter. Zurück. Okay. Ich habe hier vorne noch irgendwas gesehen. Lassen wir da hin. Oh. Okay. Hey. Hier vorne ist irgendwie so ein Camp oder sowas in der Art. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Flasche. Beziehungsweise. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine Dings. Ein bisschen Benzin. Hier ist überall gar nichts. Okay. Da. Ne, doch nicht. Okay, ich dachte gerade. Weiter gucken, Leute. Weiter gucken. Einfach alles durchsuchen. Hier ist bestimmt irgendwas. Da. Okay. Okay, wir haben die dritte. Schnell wieder zurück damit. Oder ich glaube, wir können die sogar hier beibehalten. Und fahren jetzt einfach damit in den nächsten Ort. Wo lang? Da lang, glaube ich. Vielleicht ist hier irgendwas. Hier sind Fahrräder. Aber gibt es hier irgendwo... Das letzte Fuel. Hör auf damit. Was? Alter. Okay, das ist ultra gruselig. Ist hier irgendwo was? Wir brauchen nur noch eine Fuel Can. Ich habe das Gefühl, die muss hier irgendwo sein. Ich weiß es nicht, wo sie sein soll. Das Fahrrad ist auch kaputt gegangen. Okay, ich versuche es zu reparieren. Aber hier ist halt überall nichts. Okay, wartet. Wir schauen mal kurz. Wir haben hier... Mein Licht flackert. Okay, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind... Hier ist der Ausgang. Storage. Barbecue. Radio Tower. Okay, wo waren wir bisher noch nicht? Wir sind jetzt gerade hier. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Hier waren wir schon. Wasserfall. Sawmill oder Bridge. Okay, dann müssen wir jetzt da hin. Dann fahren wir mal da hin. Let's go. Okay, lass das hier mal kurz nochmal ablegen. Zack. Uns fehlt jetzt nämlich nur noch ein einziges. Ähm... Wartet mal. Wo kamen wir jetzt her? Da kamen wir jetzt her. Lass mal diesen Weg hier nochmal lang radeln. Oh, das ist schon wieder kaputt gegangen. Da lang. Okay. Hier haben wir schon ein bisschen was gefunden. Wir müssen jetzt nach... Da waren wir schon. Wir müssen jetzt nach hier. Da über die Brücke. Oh, Mann. Ich hab Angst, dass mein Fahrrad gleich kaputt geht. Und es wird kaputt gehen. Das sag ich jetzt schon. Alles wird gut, Leute. Nichts. Okay. Hier lang. Okay. Okay, okay, okay. Einfach den Wegen hier folgen. Wir finden hier schon irgendwas. Oh, bitte finden wir hier den Dings. Da ist was. Okay, da ist was. Da ist was. Das ist sehr gut. Hoffentlich kriegen wir gleich noch einen Schraubschlüssel, weil ich hab keine Schraubschlüssel mehr. Okay, hier muss irgendwas sein. Hier sind Kanus. Sehr gut. Irgendwo das Fuel. Oh, das wäre so gut. Das wäre so gut. Oh, nein. Es kommt schon wieder diese Sirene hier aus dem... Nein. Okay, ich kann... Okay. Wir sind aufgeschmissen. Ich glaub, wir sind aufgeschmissen. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Guck mal hier. Hatten wir das hier schon gesehen? Ich glaub, hier waren wir auch schon, oder? Nee, oder? Ich glaub nicht. Vielleicht ist es hier irgendwo. Hier ist auch nichts drinne. Oh, Hilfe. Es ist so krass. Vielleicht doch in die komplett andere Richtung. Okay. Hallo? Hallo, lo. Hier sind Sägen. Dann muss hier doch bestimmt irgendwo auch Benzin sein. Sag mir, dass es hier irgendwo ist, bitte. Sieht hier nicht danach aus, als wäre das hier. Oh, Mann. Wie ärgerlich. Wirklich. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay, 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 okay. Das haben wir jetzt auch durchsucht. Da ist nichts. Und hier vorne war nämlich noch ein zweiter Weg. Ich mach mal kurz meine Taschenlampe an. Da vorne war nämlich noch mal was. Da ist auch der Wasserfall, glaub ich. Aber wie kann es sein, dass das... Wir haben mir jetzt, glaub ich, alles schon durchsucht. Es fehlt nur noch eine Sache. Es fehlt nur noch eine Sache. Wo soll das sein? Was ist das hier? Okay, sind nur Bäume. Hier am Wasserfall ist auch nichts. Okay, okay. Oh, ich hab so Gänsehaut gerade. Hallo? Hallo? Was ist jetzt los? Oh, nein!